Prost Galos! Prost Galos Prost Galos Prost Galos Ja, du hast ja auch immer eine nette Mischung auf deinem Kanal. Wir alle begleiten dich mal sehr gerne auf dein Hausberg, um mit dir ein Käffchen zu trinken oder dir mal zuzuschauen, was du mal wieder schönes kochst. Darum hast du uns ja auch gebeten. Wir sollen dir mal unsere Rezepte verraten, was wir so draußen kochen. Ich habe heute Morgen meinen Rucksack gepackt und mir ein bisschen was mitgenommen und würde sagen, heute gibt es Chili con Wurst. Ja, warum gibt es Chili con Wurst? Ich mag ganz gerne Chili con Carne und das mit dem Hackfleisch rausnehmen in den Wald, ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Und jetzt, wo es noch nicht so warm ist, wo es noch recht kühl ist, Anfang des Jahres mag das ja alles noch gehen. Aber wenn es dann wärmer wird, aus hygienischen Gründen und Hackfleisch ist ja nun doch recht empfindlich, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, ja Mensch, kannst du ja mal probieren, das Ganze mit Wurst zu machen. Und zwar mache ich meinen Chili con Wurst mit Cabanossi. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir, lieber Carlos, wenn ich die Kamera umgebaut habe. Ja, dann würde ich mal sagen, schmeiße ich mal den Gasbrenner an. So, Topf aufgestellt, bisschen Öl rein und hier habe ich meine Wurst. Und zwar nehme ich immer solche Mini Cabanossi für meine Chili con Wurst. Eignet sich meines Erachtens ganz gut. Wichtig ist, dass man aufpasst, dass die Wurst nicht allzu stark anbrät. So, dann habe ich zu Hause noch eine Schalotte klein geschnitten. Die kommt jetzt auch noch mit da rein. Und die Chili Bohnen dürfen natürlich nicht fehlen. So, ich habe jetzt hier Chili Bohnen. Die sind schon in so einer leicht gewürzten Soße. Macht mir das Ganze natürlich einfach. Da ist schon Geschmack dran. Brauche ich nicht viel an Gewürzen mit rausnehmen. Dann habe ich hier noch klein geschnittene rote Paprika. Die kommt jetzt noch dazu. Um da noch ein bisschen was Frisches drin zu haben. So, mal testen. Ja, ist schon nicht so ganz schlecht. Mach da nochmal einen Schluck Wasser dran. Und so ein bisschen klare Brühe mache ich auch noch dran. Für den Geschmack. Damit das Ganze noch ein bisschen tomatiger wird, mache ich da jetzt einfach noch Tomatenmark mit bei. Schmeckt das Ganze nochmal gleich ganz anders. Ja, dann werde ich das Ganze nochmal probieren. Jo. Ja, Carlos. Also, hier ist dann mein leckeres Chili con Wurst. Und jetzt esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte dir eine Anregung geben. Du sagtest ja, du wolltest ganz gerne mal neue Rezepte ausprobieren. Hier wäre eins. Also wie gesagt, einfach eine Schalotte oder eine Zwiebel anbraten. Dann die Wurst mit dazu, eine Dose Chili-Bohnen mit Tomatensoße da rein. Einfach ein paar Gewürze noch mit rein. Ich schneide da immer noch ganz gerne eine frische rote Paprika mit rein, dass da noch ein bisschen was Knackiges drin ist. Und ich würde sagen, ich lasse es mir jetzt mal schmecken. Auf dich, Carlos. Mhm. Das ist gut. Mhm. Mhm. Auch ein Löffelchen. Also, stoß nochmal auf dich an. Ich habe leider nur einen Tee dabei heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und denke mal, du machst sowieso so weiter. Anders kenne dich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wünsche dir noch, wie gesagt, alles Weitere, alles Gute für die Zukunft. Und wir sehen uns auf YouTube. Ich werde jetzt noch in Ruhe aufessen und dann geht es wieder nach Hause. Tschau. Tschau. Jungs. Tschau. Tschau. Untertitelung. BR 2018 So, alles sauber hinterlassen, nichts vergessen, dann kann ich jetzt ja mal langsam nach Hause gehen.